weiter geht es heute mit dem nächsten ding und zwar die die juna das nächste groß event mit sechs regeln und habe ich ins richtig sehr long track lösung check 2 ach gut bitte nicht also das ist ein sprint alles gut ich habe nichts gesagt nächste renn heute an diesem motor so so viel zum thema es ist ein sprint das ist kein spiel das ist wieder so kack da wie wir das die schwarzen ist auch noch mit aus das sind wieder so dinge wo ich mir denke hat die schaffe programmiert vor allem 52 sekunden für viel für die vier kontrollpunkte der eine derzeit richtig rausgeholt schossen nein nein der ist daneben und ich muss wieder eine strecke in straße finde ich da rein muss hier muss ich rein das ist so scheiße so nur abgeschlossen die nicht mehr auf gold oder sonst irgendwas das geht ja schon wieder los von vorne ist es auch leid wir bauten solche dinge ein wir bauten solche dinge ein das ist ein, wir bauten die zwei wir bauten das ist ein, wir bauten so, na gut so, wauten so, na gut so, na gut Das war's für heute. Das ist das Minimum. So. Nächsterin. Ich hab schon wieder 7.000. Da kann man in die Werkstatt gehen eigentlich. Mal Leistung reinbauen. Nein, wir wollen mal ein neuer Motor rein. Kommen wir mal rein. So. Das sind jetzt hier nichts. Drehabstimmung. Kuh. Reifen. Ich will gerne mal Felgen. Genau. Der kostet noch wieder so viel, ne? Na gut. Joyride. Ach Gott. Die fallen jetzt aber direkt alle hintereinander. runter. 24.500 Punkte, wo soll ich denn die herholen? Das war nicht zerstörbar. Das war mein Auto. Ja. Auf geht's das. Auf geht's das auf. Ja. Dann in die Straße lege ich, auch noch alles. das ist wieder so ein ding durch die strecke nicht gesehen wird noch mal kommen zu schaffen seien solche dinge eine minute bestimmt da hinten rum dann am ende da verliebt die strecke naja ist egal scheiß drauf haben wir es verloren 12.000 punkte ich bin die punkte scheiß drauf ich quere mich da jetzt nicht 20 mal durch so so nächstes rennen mal wieder ein rumkurs rennen mal ein bisschen abwechslung rennen abgemuten drei runden So. Also wir sind schon in der zweiten Runde. Gut. Geht jetzt nicht besonders lange. Letzte Runde. Das war irgendwo klar. Hat er doch gewonnen. Nächste. Wie lange das Projekt wird das sowieso nicht werden. So. Jetzt haben wir noch drei Rennen. Na gut. Das können wir hin. Dann sind wir durch. So. Dann können wir schon an allen vorbeidrücken. So. Ups. So. 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 Seele Wow. So. It's like. So. 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 Ja, wir müssen doch mal gucken, ob wir vielleicht noch einen Diragenplatz kaufen, um ein neues Auto zu kaufen. Aber schauen wir mal jetzt mal. Das Auto sieht aus. Ist okay, aber das funktioniert doch wieder. Das war's. Der hat das denn hier hingebaut, ey. Ich muss vielleicht noch ein bisschen liegen, dann sind die anderen noch vorbei. Wohl, bei dem Vorsprung geht's. Das sind 70 Sekunden. Wollen sich da wahrscheinlich auch alle. Doch, klar. Klirrenbahn funktioniert. Auto läuft wieder. So, noch ein neues Cool-Mit-Lied. Hm. 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 So geht's mit dem nächsten Rennen. Time-Track. Und dann haben wir noch einen Boss-Face. Und dann sind wir durch. Und da sind nicht nur ein Quiz. So 16 Kontrollpunkte Woop, ok Ach, wir sind schon durch. Gehen auf das Passways, dann haben wir es. Das letzte Rennen. Ich glaube, ich kann das Passways nicht fahren. Ach, nö, ne? Ich glaube, ich muss jetzt alle auf Gold fahren. Jetzt ist doch scheiße so. Ich dachte, ich hätte auch das Rennen gehabt. Ich glaube, 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 ich hätte auch das Rennen gehabt. Ich habe das Rennen gehabt. Ich habe das Rennen gehabt. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht fahren. Weil der Mann sagt, nö, du musst jetzt mal alles auf Gold fahren. Okay. Oh mein Gott, geh doch, stell dir doch richtig, ey. Das kann ich eh nicht mehr schaffen, das Ding. Das will sich auf Gold. So war es einfach nur. Ja, ich häng da fest, mein Gott, die Zeit läuft ab, aber ich häng in dieser scheiß Verlaupte. Perfekt da. Jetzt ist es zu kotzen gerade. Ja, fuck God. Nochmal, komm. Ich will dieser scheiß Gott, der muss doch noch fahren. Alles ist gesperrt, das darf ich nicht fahren. Obwohl, jetzt fahre ich jetzt ein bisschen außen, weil der Außen hat, wenn er sich jetzt... Ja, gel 40, die es jetzt ist... Ja. Jetzt holen wir es auf Gold. 48, 49, jawohl. So, Hammer. Darf ich es jetzt fahren, oder darf ich es immer noch nicht fahren? Jetzt bloß, das scheitert jetzt an dem einen Ding, ne? Na, ich scheitere wirklich an diesem einen Rennen noch. So, bloß, ich muss hier noch Gold fahren, oder was? Und dann geht das jetzt mit der nächsten Stufe. 19,5. Ich frag's wie. Ja, es ist vorbei. Ja, weil da nun mal eine kleine Spur verlief. Okay, alles ruhig. Weil da nun mal die Spur weggeht. Darfst du mal neu machen. Schön gestartet, aber wenn du verlierst, soll die Spur. Nö, ist nicht. Na komm, ruhig bleiben. Ich hoffe, dass das Bossrad nach der Stufe freigeschaltet ist. Das wäre super. Okay. Das wäre aber super. Okay. All right. Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist nicht wahr, nein, das sind 200 Punkte Ich hätte das Ding gehabt Ich hätte das Ding gehabt Oh mein Gott, mach doch schneller Ja, rutsch noch ein paar Minuten rum, ey Ich bin am scheiß rumgerutschen, ey Kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein Ich will das Ding doch nur fahren Wieso, wir haben es halt verlassen Das ist ein Friss von mir Dann Das war's für heute. Das war's für heute. Dritter Platz. Ich glaube, wir haben's. Gott sei Dank. So, kann ich jetzt das Boss-Rennen fahren oder ist das immer noch gesperrt? Habe ich mal nicht. Jetzt dürfen wir fahren. Gott sei Dank. Gibt's Rennen, komm. Das ist gut. Das ist ein Frühstack-Kollege. Tschüss. Das ist gut. 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 Das ist gut.